Die Jolifin Aufbewahrungsbox mit Leerdosen bringt Ordnung und Übersicht in deine Nagelutensilien. Sie besteht aus stabilem Kunststoff, der leicht zu reinigen ist. Im Inneren der Box sind insgesamt 28 ineinander verschraubte Döschen, verteilt auf 6 Reihen. Das bietet jede Menge Platz für deine Nähart, die du so immer griffbereit und geordnet zur Hand hast. In der Jolifin Aufbewahrungsbox mit Leerdosen sind deine Nähartmaterialien bestens aufgehoben.